Frankenstein, die Gerüchte sind wahr. Ich wurde vor 200 Jahren zum Leben erweckt. Ich bin wie niemand sonst. Mit deiner Stärke, Schnelligkeit und Ausdauer wirst du den Menschen überleben. Setze diese Gaben ein. In einem Krieg, in den du schon verwickelt bist. Ich gehe meinen eigenen Weg. Du kannst die menschliche Rasse nicht retten. Nichts kann ihren Untergang aufhalten. Komm mit mir. Es gibt eine Armee von Monstern wie mir. Zehntausende. Es wäre das Ende der Menschheit. Es endet heute Nacht. Als ich dich kennenlernte, blickte ich in deine Augen und sah Finsternis. Ich bin ein Monster. Man ist nur ein Monster, wenn man sich wie eins verhält. Frankenstein muss vernichtet werden. Gott wird dich verdammen. Das hat er schon. Das ist keine Freiheit. Das ist Angst. Sie müssen beide Augen offen halten. Bevor wir anfangen. Ich bin ein.